Die Handelsvolumina an der Wall Street sind heute so gering, dass wahrscheinlich jeder, der vor Langeweile mit dem Kopf auf die Enter-Taste gefallen ist und damit einen Kaufauftrag ausgelöst hat, vermutlich einen Gutschein von seinem Broker zugeschickt bekommt. Also es ist vielleicht der Tag mit dem geringsten Handelsvolumen des bisherigen Jahres. Das hindert aber die Aktienmärkte, insbesondere den Leitindex S&P 500, nicht auf ein neues Allzeithoch zu steigen. Erstmals erreicht der S&P 500 die Marke von 4.500 Punkten und es sind vor allem die Finanzwerte, die steigen, es sind die Reopening-Werte, die steigen. Und das angesichts einer Situation, in der die Wirtschaft deutliche Warnsignale sendet, heute aus Deutschland etwa der IFO-Index. Also wir haben derzeit ein weiteres Auseinanderklaffen zwischen einer immer klar erkennbaren Eintrübung der Wirtschaft. Der Hochpunkt der Boom ist offenkundig vorbei auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben weiter steigenden Aktienmärkten. Die steigen weiter, weil sie sagen, ist doch egal, was die Wirtschaft macht. Wir haben die Liquidität, there is no alternative. Dementsprechend wird wahrscheinlich auch Jerome Paul am Freitag, so die Annahme zumindest der Märkte, nicht sich in irgendeiner Form auf ein Tapering festlegen lassen. Wir müssen nicht also sagen, wann die Gelddruck-Orgie ein bisschen zurückgefahren wird, das Volumen ein bisschen verringert wird durch das Tapering, aber wir wollen uns die Situation mal anschauen. Heute der IFO-Index, der war schwächer als erwartet, die Lage gut, also noch sind die Unternehmen zufrieden, aber die Erwartung war stark rückläufig, sehr stark rückläufig. Das hat die Experten beim IFO deutlich überrascht. Es gibt dafür eigentlich zwei Gründe, so sagt das IFO. Das eine ist der Materialmangel, das heißt, die Firmen bekommen nicht die Produkte, die sie zur Herstellung brauchen. 70 Prozent aus dem Industriesektor sagen, wir haben Probleme bei Vorprodukten, die kriegen wir nicht. 70 Prozent, das ist eine Menge Holz, das sind fast drei Viertel, das muss man sich mal vorstellen. Das ist das eine und das andere ist eben die Sorge um weitere Corona-Einschränkungen, um die Corona-Welle, die vierte Welle, die derzeit läuft. Wir haben jetzt wieder steigende Zahlen in Deutschland. Wir haben jetzt auch, by the way, wieder steigende Zahlen in UK mit über 35.000, gestern noch 30.000. Es gab ja eine Zeit lang, da sind die Corona-Fälle in Großbritannien wieder rückläufig gewesen. Und in den USA sagt man ja, der Hochpunkt ist überschritten, aber wenn UK sozusagen das Beispiel ist, dann könnte es dann auch bald in den USA wieder nach oben gehen. In Deutschland ist die Kurve sowieso relativ klar nach oben gerichtet. Also wir sehen Materialmangel Corona, das sind die Probleme, die man hat. Und die Erwartungen der vom IFO befragten Firmen, die sind deutlich nach unten gegangen. Und normalerweise sehen wir, dass es da auch eine Korrelation gibt mit dem DAX, der doch relativ parallel läuft zu den IFO-Erwartungen. Klar, weil der DAX, wie Aktienmärkte insgesamt ja normalerweise vorausschauend sind. Die interessieren sich für die Zukunft. Die Firmen interessieren sich auch für die Zukunft, äußern Erwartungen. Und je schlechter die sind, umso schlechter dann auch wahrscheinlich die Zukunftsperspektive. Und dennoch ist zum Beispiel heute auch der MDAX auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Also dieser Index von mittelgroßen deutschen Firmen. Allerdings konnte er diese Gewinne dann nicht halten, anders als der S&P 500. Der DAX wenig verändert, leicht schwächer. Aber da ist kaum etwas los. Wie gesagt, die Handelsvolumina, die sind sehr, sehr gering. Vielleicht wollen die Leute sich nicht aus dem Fenster lehnen, bevor die Fans sich geäußert hat. Schwer zu sagen jedenfalls ist das doch ein etwas trauriges Schauspiel. Und ein klares Warnsignal für mich, weniger für Deutschland als für China, ist das, was heute bekannt wurde. Nämlich, dass die deutschen Exporte nach China das erste Mal seit etwa einem Jahr im Juli, diesen Juli um 3,9 Prozent zum Vorjahresmonat gefallen sind. Das ist der erste Rückgang der Exporte Deutschlands in das Reich der Mitte seit August 2020. Und das war der größte Rückgang seit Mai 2020. Und erinnern wir uns, Mai 2020, da waren wir noch im ziemlich heftigen Lockdown. Also auch hier von dieser Seite sieht man, dass sich da etwas abkühlt. Aber das sagt wahrscheinlich mehr über China aus als über Deutschland. Das heißt, wir werden ein Problem kriegen, wenn die Lokomotive der Weltwirtschaft China schwächelt und die scheinen zu schwächeln. Die Notenbank in China und die Regierenden haben ja durchblicken lassen, dass man moderat stimulieren wird. Dass man also zum Beispiel Kohlekraftwerke wieder ans Netz bringen will etc. Um irgendwie die Geschichte so ein bisschen nach oben zu ziehen. Mal sehen, ob es gelingen wird. Aber auf jeden Fall sind das doch relativ deutliche Warnzeichen, die die Wirtschaft da sendet. Und normalerweise, wenn jetzt die Wirtschaft sich eintrübt, dann dürfte das auch nicht an den Gewinnen der Unternehmen vorbeigehen. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt. Wir sehen hier den City Economic Surprise Index, der ja für alle wirklich wichtigen Wirtschaftszonen dieser Welt jetzt im Negativen ist. Das heißt, die Wirtschaftsdaten enttäuschen. Auch die Auftragseingänge heute langlebiger Wirtschaftsgüter hätten enttäuscht in den USA, wenn man nicht Seasonal Adjustments betrieben hat, also saisonale Anpassungen. Also mit anderen Worten, man hat ein bisschen geschraubt an den Zahlen. Vielleicht braucht ihr jetzt die beiden Administrationen mal wieder ein paar gute Nachrichten nach dem Afghanistan-Desaster, das die Zustimmungswerte für beiden ja deutlich nach unten gebracht hat. Dazu gleich mehr. Schauen wir aber nochmal die verschiedenen Weltregionen an. Manufacturing Output. Wir sehen, dass gerade das Gewerbe jetzt auch wieder rückläufig ist. Das ist nicht nur Dienstleistungssektor, der Angst hat, besonders vor Corona, sondern eben auch das Gewerbe. Wir sehen hier die verschiedenen Zonen. Überall deutet die Kurve deutlich nach unten in Richtung 50 oder gar darunter. Australien ist unter 50. Klar, da gibt es auch einen Lockdown, einen ziemlich heftigen. Aber auch überall, UK, USA, Eurozone, Japan geht es nach unten. Das ist also ein Phänomen, das wir überall sehen. Gleichzeitig sehen wir, dass die Inputkosten mehr oder weniger auf dem hohen Niveau stagnieren. Also die steigen nicht weiter. Die Kosten für die Unternehmen steigen nicht unbedingt weiter, aber sie fallen auch nicht wirklich. Einen ganz kleinen Zacker in der oberen Grafik gibt es nach unten. Dagegen die Gewinnerwartungen, die Margenerwartungen, die gehen doch deutlicher nach unten, weil jetzt eben klar wird, okay, wenn das nicht schnell weitergegeben wird, diese Inputkosten, dann wird es auch für die Margen der Unternehmen schwierig. Und wir haben nach wie vor ein großes Thema, das ist der Transportsektor. Es gibt zu wenig Schiffe, offenkundig. Und dementsprechend sind die Transportkosten besonders hoch. Wir sehen, der Baltic Dry Index heute mit dem höchsten Stand seit 2009. Also da keinerlei Entspannung in Sachen Kosten für Transport. Und wir sehen, und das ist interessant, hatte ich vorhin schon angekündigt, die Republikaner, die wollen jetzt, die US-Republikaner, die wollen jetzt Werbekampagnen schalten in den USA schon in Richtung Midterm Elections. Und was ist da das Thema? Afghanistan? Nein. Nein, sondern es ist die Inflation, weil das sozusagen alle Haushalte betrifft. Also wir sehen, wie die Republikaner die Lage einschätzen, dass Inflation ein wirkliches Thema ist, dass es die Haushalte betrifft, dass die Leute Angst haben vor Inflation. Da will man sozusagen in diese Kerbe reinstoßen und die beiden Regierungen attackieren. Democrats created an inflation crisis. So heißt es da. Ja, und jetzt sollen dann nochmal weitere Billionchen in die Hand genommen werden, um hier Infrastruktur etc. zu machen. Wird sehr schwierig, das alles durchzusetzen. Wir werden sehen, was da passiert. Hier sehen wir, dass jetzt nicht nur in Relation Marktkapitalisierung zum BIP in den USA die Dinge ein bisschen hoch bewertet sind, sondern dass wir auch in Sachen Corporate Profits zum GDP, also das, was die Unternehmen an Einnahmen, an Gewinnen erzielen in Relation zum BIP, auch sehr hoch ist. Also man kann jetzt nicht sagen, dass trotz der hervorragenden Berichtssaison, die wir hatten in den USA, die wirklich gut war, gar keine Frage, aber die war natürlich auch ein Stück weit bedingt durch diese Stimulierungen, durch Helikopterschakes, durch Programme, durch staatliche Programme. Also das ist kein Wunder, dass die Zahlen dann gut sind, aber jetzt sehen wir, dass es schwieriger wird. Wir werden schon im dritten Quartal wahrscheinlich sehen, dass die Dinge sich abkühlen. Und im vierten Quartal wird es noch schwieriger, weil wahrscheinlich das Weihnachtsgeschäft nicht so laufen kann, aufgrund der Transportprobleme, wie es eigentlich vielleicht laufen könnte. Also wir sehen, es ist jetzt nicht gerade günstig, aber das interessiert die meisten nicht, die sagen, ist doch egal. Hauptsache Liquidität, das ist das, was zählt. Und da kann die Realwirtschaft machen, was sie will. Das interessiert uns nicht. Vielleicht muss man so vorgehen, auch als Profi-Investor, das ist die große Frage. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt die Renditen für Staatsanleihen heute deutlich steigen. Etwa die 30-jährige deutsche Staatsanleihe, 6 Basispunkte, größter Anstieg seit dem 3. März diesen Jahres. Dann die 10-jährige deutsche Anleihe, 4 Basispunkte, größter Anstieg seit Mitte Juni. Und das ist schlecht für Gold, denn damit werden die Realrenditen weniger negativ. Wenn die Renditen steigen, die Inflation hat sich ja von gestern auf heute jetzt nicht verändert, seit der letzten Veröffentlichung. Dementsprechend werden die Realrenditen etwas weniger negativ. Das bringt Gold unter Druck. Und Gold könnte vor einer großen Bewegung stehen, weil wir hier so einen Trichter ausbilden. Das läuft ziemlich auf eine größere Bewegung hinaus. Und es steht zu fürchten, für die Goldpolen zumindest, dass diese Bewegung nach unten sein könnte. Wenn da jetzt nicht bald eine Drehung kommt, dann könnte das für das gelbe Metall erstmal schwieriger werden. Könnten auch die Renditen für US-Staatsanleihen weiter steigen. Und kommen wir zu dem Thema Corona, Materialengpässe. Lieferkettenprobleme haben wir schon thematisiert. Delta Airlines, die amerikanische Fluglinie, hat jetzt gesagt, jeder Angestellte, der nicht geimpft ist, der muss 200 Dollar bezahlen an das Unternehmen. Man sagt nämlich in einer Mitteilung hier, dass durchschnittlich ein Mensch, der praktisch hospitalisiert werden muss, der ins Krankenhaus muss wegen Corona, weil er nicht geimpft ist, 40.000 Dollar das Unternehmen gekostet hat. Und man sagt, dass alle Angestellten von dieser Fluglinie, oder dass nur Hospitalisierungen bisher vorgekommen sind, bei dieser Fluglinie von Menschen, die eben nicht durchgeimpft waren, praktisch. Das heißt, hier gibt es eine klare Evidenz, das zeigt eben auch New York, dass vor allem eben die Nicht-Geimpften an den Krankenhäusern liegen. Wir wissen inzwischen, dass auch Geimpfte das Coronavirus bekommen können. Gar keine Frage. Wir wissen, dass sie es auch weitergeben können. Auch keine Frage. Aber wir wissen eins aus den Daten bisher, und das ist, glaube ich, kaum zu bestreiten, dass eben die Hospitalisierungsraten unter den Geimpften deutlich geringer sind. In New York etwa sind es nur 0,33 Prozent der Geimpften, die mit Covid diagnostiziert werden, während 97 Prozent der Hospitalisierungen dort eben nicht Geimpfte sind. Also das spricht schon dafür, dass die Impfung zumindest vor schweren Verläufen schützt. Man hat uns am Anfang gesagt, ja, das Infektionsrisiko ist auch deutlich geringer. Das scheint nicht einzutreffen. Aber es scheint einzutreffen, dass die schweren Verläufe eben doch deutlich weniger wahrscheinlich sind. Und damit ist ja schon etwas gewonnen, wie ich finde. Jetzt steht unmittelbar bevor der Geheimdienstbericht in Sachen, wer ist denn Urheber eigentlich dieser ganzen Corona-Geschichte, Laborthese oder nicht. Und jetzt hat China schon mal gesagt, ja, also falls man da seitens der Amerikaner behaupten würde, dass das aus dem Labor in Wuhan stammt, dann würde man harte Gegenmaßnahmen ergreifen. Counter-Attack droht man hier an. Das könnte lustig werden. Es sieht aber so aus, als ob der amerikanische Geheimdienst sagen würde, also wir haben nicht genug Belege, schon weil wir zu wenig Informationen aus China haben, um eine These wirklich beweisen zu können. Also möglicherweise wird das dann im Sande verlaufen, weil der Geheimdienst sagt, ja, wissen wir nicht, haben wir nicht. Dementsprechend vielleicht auch noch mal ein übergeordneter Hinweis in Sachen einer Studie. Corona hat die Renditen weiter nach unten gebracht, durch Stimulus, durch all diese Dinge. Jetzt hat eine Studie vom MIT und Stanford und Columbia herausgefunden, dass die Ungleichheit, die finanzielle Ungleichheit, direkt gekoppelt ist an die Entwicklung der Zinsen. Das heißt, je niedriger die Zinsen, umso größer die Ungleichheit, die Vermögensverteilung innerhalb der Gesellschaft. Wir wissen alle, dass diese Krise oder schon die Finanzkrise und dann vor allem die Reaktion auf die Corona-Krise eben diejenigen begünstigt hat, die über Assets verfügen, während diejenigen, die das nicht tun, praktisch die Gearschten sind, auf Deutsch gesagt, deren Rente wird aufgefressen durch die Inflation, deren Sparguthaben werden aufgefressen durch die Inflation. Die haben also ein Problem. Es haben vor allem die kommenden Generationen ein Problem, denn wir leben ja praktisch auf Pump ohne Ende. Wir nehmen Kredite aus der Zukunft in die Gegenwart hinein. Irgendwann aber müssen diese Kredite auch wieder zurückbezahlt werden, wahrscheinlich von unseren Kindern. Und Ähnliches hat heute in einem, wie ich finde, faszinierenden Interview Paul Kirchhoff gesagt, der ehemalige Verfassungsrechtler, der von einer verfassungswidrigen Enteignung der Sparer spricht und das mal runterbricht, was das eigentlich für die Leute konkret bedeutet, das mal an Bildern festmacht, der Realität, an Lebenswirklichkeiten festmacht. Das ist eben nicht abstrakt und dementsprechend klar zeigte, was die Notenbank da macht. Das ist eigentlich grob fahrlässig. Das ist auch wieder der deutschen Verfassung und müsste eigentlich ganz klar verboten werden. Wie gesagt, das ist etwas, was einen größeren Zusammenhang mal zeigt. Ich weiß, dass viele eben sich über Gewinne mit Longpositionen freuen. Das ist völlig legitim, aber es gibt auch den einen oder anderen, dem vielleicht das Lachendach doch im Halse stecken bleibt, weil er erkennt, dass das alles seinen Preis haben wird, dass die Gesellschaft einen hohen Preis für das bezahlt, was derzeit passiert. Dieser Preis ist von einigen bereits zu bezahlen, Sparer, Rentner etc. wird aber auch von denjenigen, die jetzt noch sich über diese Gewinne freuen, auch zu bezahlen sein, in Form von gesellschaftlichen Konflikten etc. Ich werde in diesen faszinierenden Artikel respektive die faszinierenden Aussagen von Paul Kirchhoff unter das Video packen, sodass ich sie animieren möchte, sich die Zeit zu nehmen, das mal anzuschauen. Da kommt alles auf den Punkt, was ich eigentlich auch denke, in Sachen, was da abläuft und warum das schädlich ist, auch wenn natürlich viele sich freuen und sagen, Hurra, wir haben neue Rekorde an den Aktienmärkten. In der Rückschau wird das einen sehr, sehr schalen Beigeschmack wahrscheinlich haben. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.